Ja, ich meine, okay, sowas gehört auch dazu, dass man auch mal ein bisschen was Trockenes macht und so. Dann rufen wir ein neuer Offizier, Brückenoffizier anfordern. Wer wird sich der Crew der USS Magellan anschließen? Alien-technischer Offizier, klingonischer wissenschaftlicher Offizier oder alien-taktischer Offizier? Ich will einen Klingon haben. Klingon, grüße Käpt'n, mein Name ist Klingon, auf der USS Magellan gibt es keinen Platz für den Neubrückoffizier. Ich habe doch hier noch Platz. Na super. Komisch. Wieso kann ich die denn nicht einsetzen? Es gibt kein... Also, solange ich meine Brückenoffiziere habe, kann ich also niemanden neu dazu packen. Finde ich jetzt ein bisschen schade auch. Sagen wir so, komisch nicht so, aber mehr schade als komisch. Das würde mir auch mehr gefallen, wenn das irgendwie hier oben wäre. Ja, das mit dem Brückenoffizieren, das geht mir jetzt nicht mehr. Das geht mir jetzt nicht so aus dem Kopf. Na gut, es ist halt so, wie es ist. Kann man sich leider auch nicht ändern. Aber, solange wir ja noch hier ein bisschen am Fliegen sind, ähm, was ist denn so von Star Trek so eure Lieblingsserie? Oder, beziehungsweise, oder eure Lieblingsfolge? Habt ihr die da so? Ich meine, so Serien... Gut, ich bin mit... Ich selber bin mit The Next Generation groß geworden. Und damit ist das schon für mich meine Top-Serie. Und, ähm, muss aber sagen, dass die Voyager für mich eigentlich, ähm, von den Serien, die bis jetzt kamen, für mich die schönste und die beste war bis jetzt. Ähm, Discovery warte ich jetzt noch ab. Bis alle Staffeln raus sind, dann beurteile ich sie. Ne, ich meine, ich sag aber, Discovery schon mal jetzt, ähm, für mich ist Discovery eine eigenständige Sache. So wie die neue Enterprise mit Captain Kirk jetzt, ne, mit den jungen Leuten, ein anderes Universum und sowas, ne. Ich sag jetzt nicht, dass das für mich die Discovery ein anderes Universum, für mich ist. Ich glaub, die ist im selben Universum, wie die ganze Serie läuft. Also alle Serien laufen. Ähm, ich warte nur halt noch ab, bis ich alle Staffeln gesehen habe. Vorausgesetzt, sie fährt nicht so im Fluch oder sonst irgendwas, wie jetzt Enterprise oder die erste, ne, mit Captain Kirk, ne. Star Trek Raumschiff Enterprise und sowas nur damals. Ähm, die beiden haben ja leider ein Problem. Ich glaub, dass sie beide abgesetzt wurden. Ähm, und erst durch die Filme dieser Hype entstanden ist. Soweit ich weiß. Korrigiert mich gerne, wenn ich falsch liege, aber ich meine, das war so. Weil es gibt von Kirk, glaube ich, nur drei Staffeln und von Enterprise mit Captain Archer nur vier Staffeln. Soweit ich weiß. Ja, somit hätten dann quasi die beiden zusammen sieben Staffeln, was ja eigentlich normal ist bei Star Trek. Ja, ansonsten Voyager, da gefiel mir eigentlich, boah, da waren so viele klasse, äh, Folgen dabei. Ich meine, ganz am Anfang war sie wirklich so, oh mein Gott, ob das was wird. Uh, uh, ah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ähm, aber dann später, es war richtig klasse, auch wie die Crew zusammengefunden hat mit dem Marquis zusammen, mit der Crew des Marquis und so. Das hat echt super genial geklappt. Und, ähm, sie wurde immer besser, immer besser. Und das war für mich wirklich episch, dieses Finale. Und da gab es so viele Folgen, wo ich wirklich gesagt habe, ja, Wahnsinn. Sonsten brauchte ich immer die mit Bork, mit dem Borks. Oder wenn die Klingonen bei The Next Generation mit auftaucht, das war auch klasse. The Klingons are willing to use any weapon available to destroy the Federation, even time itself. It falls to a small group of brave Starfleet officers to restore the timeline and rescue one of their own. Who controls this sector may determine who controls the war. Tark's Force, Hippocrates. To all Federation ships in range, this is the USS Voice. We are taking fire. Gorn fighters that need aid from any ships in range, repeat. We are being attacked by Gorn and need help. Fortfahren. Na, dann machen wir das doch. Dann helfen wir denen doch. Woa, da, da, da. Da, da, da. Da, da, da. Da, da. Da, da. Da, da, da. Okay, ich muss mal wieder reinkommen. Wo sitzt er denn? Uh, direkt auf die Untertaste-Sektion. Na, ihr wolltet es wirklich drauf anlegen. Das war's noch nicht. Ich hoffe, dann wieder ein neuer Feind auf. Na, kommt er. Jawohl. Nächster Feind. Warum ist denn der so weit? Hey, den mach ich jetzt auch noch platt. Den mach ich jetzt auch noch platt. Da, ist das? Okay, ah, der ist ein bisschen heftiger, aber egal. Gehen wir schon hin. Wow, los, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um, dreh dich um. Okay. Ja, komm, die sind fast platt. Offline, boom. Ab in den Hintern rein, platt. So, jetzt, äh, wo ist sie? Da hinten? Ja, ich will erst mal dahin fliegen. Ich will erst mal dahin fliegen. Nicht, dass ich dann da bin. Und dann kommt das, dann wer weiß, wie spät er ist und dann, äh. Oh Gott. Peps. Wir sollten kein Problem haben, nahe genug an die Mitter zu kommen, um sie auf Übertragung zu stellen. Echt jetzt? Zum Glück habe ich schon den einen da platt gemacht, ey. Zum Glück. Boah. Ich habe mal Glück gehabt. Kreuzer haben es aber wirklich in sich, muss ich sagen. Also die sind sehr robust, sagen wir mal so. Ich habe ja ganz vergessen. Wir haben ja hinten auch noch Torpedos. Oh. Gut gehabt. Ja, sind weg. Na los. Boah. Gut, den Kollektor haben wir. Das ist dann schon mal der eine. Und voller Stop. Und zum nächsten. Da kommt jetzt natürlich noch ein Mega-Kampfschiff. Auf jeden Fall kommt jetzt noch so ein Mega-Kampfschiff. Die Boys ruft uns, Käpt'n. Eine kommende Nachricht. Für Glock Boys. Magelan Ende.